Hallo ihr Lieben, wir haben alle lange drauf gewartet und endlich ist die Losteria in Wolfsburg. Wir sind für euch heute bei der Eröffnung und ich hoffe, für mich fallen auch ein oder zwei oder drei Stücken Pizza ab. Pierre Litwarski, gehöret Pizza und Pasta denn auch so zu deinem Lieblingsessen oder isst du eigentlich lieber was anderes? Also ich esse Pizza und alles, Steak, alles, also ich ernähre mich ganz ungesund, aber mit viel Spaß, weil Essen soll ja auch Spaß sein. Kann man denn davon ausgehen, dass man dich öfter vielleicht mal hier in der Losteria trifft? Mit Sicherheit, also ich muss mir noch einen Stammplatz ausgucken, wo man so ein bisschen in Ruhe sitzen kann und schnell, schnell Essen bekommt. Also wollen wir mal sehen, wir werden mal erst das auskundschaften. Ja dann erstmal guten Hunger. Ja, recht herzlichen Dank, alles klar. Dankeschön. Jan Hausen, der Mann, der die Losteria nach Wolfsburg gebracht hat. Wie schön ist es denn endlich, in so einer schönen Stadt wie Wolfsburg zu sein? Geil. Es ist wirklich tolles Gefühl, also ich muss sagen, ihr seid eine tolle Community und sehr gerne hier und wir alle sind gerne hier. Was macht denn die Losteria zu einem einzigartigen Restaurant? Ich glaube die Mischung aus Emotion und Professionalität. Bei uns muss man nicht hunderte von Euros ausgeben, um auch mal gegrüßt zu werden oder nach dem zweiten Espresso an der Bar kennt man dich halt. Und dieses Gefühl, das leben wir hoffentlich auch hier, das werden wir versuchen zu leben. Und für ganz kleines Geld kann man hier halt auch mit der Familie oder alleine auch herkommen oder auch einfach mittags einen Kaffee trinken und ein paar Leute treffen. Das ist ein schönes Gefühl und das wollen wir eben weitergeben. Ich habe ja gesehen, du hast schon ein bisschen was gegessen. Kannst du denn jetzt schon irgendwas empfehlen? Pizza. Mit Abstand Pizza. 100 Prozent. Also Nudeln bin ich gerade noch dabei, aber ich würde sagen Pizza. 100 Prozent. Hast du denn irgendeine Lieblingspizza oder Lieblingspasta schon? Also ich muss sagen Lieblingspizza, also Pizza Margherita ist glaube ich mein All-Time-Favorite, aber so eine Pizzatonne geht auch immer. Also ich finde die Pizza auf jeden Fall super gut hier. Die ist ja auch riesengroß und ja, das ist einfach glaube ich doch die beste Pizza. Und ich bin so froh, dass es das jetzt in Wolfsburg gibt, weil das war längst schon überfällig. Das wird nochmal eine richtig gute und große Attraktion für uns in den Designer Outlets Wolfsburg. Und ja, speziell wird einfach auch sein, dass die L'Osteria andere Öffnungszeiten hat als das Center. Öffnungszeiten werden sein von Montag bis Sonntag, also jeden Sonntag geöffnet von 11 bis 22 Uhr. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes auch hier für Wolfsburg nochmal und natürlich für uns als Center. Oh, Dankeschön. Darf ich meinem Kameramann auch einen runternehmen? Sehr gerne. Da bitte ich ja auch. Blutgaswitze auch Pizza. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Feierabend und essen dann auch mal was.